Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen bei meiner Einführung von Eisenhardt. Und Sie sehen, dass zur Resignation von unserer Seite wir überhaupt keinen Anlass haben. Wir dürfen und müssen dranbleiben am Thema. Mir bleibt noch auf eine große Sonderveranstaltung hinzuweisen. Am Tag, an dem einen Tag vor dem Jahrestag des 30.09. des Schwarzen Donnerstags. Das ist ein Montag. Die Montagsdemo wird eine Sonderveranstaltung sein mit mehreren Hauptrednern. Also bereiten Sie sich vor, dass Sie ein bisschen mehr Zeit und Standvermögen mitbringen. Es wird sich lohnen. Die Rednerliste steht noch nicht komplett, aber es werden sehr gute Redner da sein. Unser heutiger Demo-Zug wird angeführt von den spritzigen Rhythmen der Lokomotive hinter dem Frontbanner. Und da ihr ja hinterherlauft, dieses Frontbanner hat die Aufforderung aufgedruckt, verantwortliche bestrafen statt Bürger überwachen. Die Route des Demo-Zugs verläuft über die Bolzstraße hinter dem Königsbau links, dann über die Friedrichstraße zur Schillerstraße und dann zur ehemaligen Straße am Schlossgarten. Das ist dann zu Füßen des Bahnhofturms. Das ist dann zu Füßen des Bahnhofs.